Musik So, hallo Leute, willkommen zu einer Zu einer Runde Zombie Survival Und ich bin hier jetzt heute mit Zombies Und ich spiele diesen Spielmodus jetzt mal zum ersten Mal Also, bitte nicht dafür Ähm, wundern, wenn ich ein bisschen schlechter bin Geil Macht auf jeden Fall Spaß Okay Dann scheint alle da unten drin Oh 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 Holy shit So, erzähle ich nur noch den Turm Oh 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 TRIPLE KILL Alter, ist das krass. Der verkämt sich wahrscheinlich irgendwo. Das ist die Runde. Netzt und Goal. Diese Geräusche kann ich mit Rätselig machen. Das ist die Runde. Ansonsten. DRACK. DRACK. RUN. BIRAKS. DRACK. Das ist nul. Nein, nichts mehr DRACK. 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 Achtung, Achtung! I don't want to be chosen. I'm chosen as a zombie. How do I get off that? You, you, that only happens if you go near zombie spawn. This is the safe room. Come on, everybody enter this room. Grab as many stuff. Grab a table. Pull it up, pull it up, pull it up, barricade it. Somebody nail it. Nail it. Nail it if you want to win. Trotter, come see what's called this mutant. This is missing the roof. There, I got it right. Somebody nail that. I'm stuck. Help. Ooh, it's our stuff. Wait. Okay. Let's go buy some nails. Yeah, you just want to go out there. But, 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 right, right, right when the game starts, you get a pistol and a hammer. Or, I think. P.L. Yeah, if it lags too much, if it lags too much, just, you crouch and do it. Oh, this is not working. Okay, here it comes. Hey, who's, who are, who are, who's really already kneeled his couch in? Yeah, I can't, you're probably now, you're probably pretty happy now that he's taking me in here. O MEIN , O MEIN fucking understand ... Sberries, I'll kill you ... Monster kill. Monster kill. Double kill. Ja, because you probably think that nobody is going to come in as rude. And that's how you try to put down stuff. Yeah, I was trying to put down my weapon. So, I was trying to put down my machine gun. But I can't. I want to force him to get out of here. What the fuck. I want to force him to get out of here, so... Monster kill Monster ultra kill Double kill No 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 Holy shit Double kill Ultra double kill Alter, wie ändere ich denn davon die Sicht? Das gibt's ja gar nicht Double double kill Triple kill Fertrabble Nein, hab ich Cool Triple kill Die 6 P O T G F Und dann R Die 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 Tender? Stubble medikin! Triple kill! DUBBLE SLIP TRIPLE KILL! Medikill! DUBBLE KILL! DUBBLE KILL! AND TRIPLE KILL! DUBBLE KILL! ULTRA KILL! HOLY SHI- DOUBLE KILL! DUBBLE KILL! TRIPLE KILL! MEDIKILL! MEDIKILL! Oh my god! M-M-M-M-M- paranormal monster kill! ARD Text im Auftrag von Funk M-M-M-M-M-Monster-Kill HOLY SHIT ULTRA-KILL HOLY SHIT HOLY SHIT M-M-M-Monster-Kill Double-Kill Monster-Kill Ultra-Kill Holy Shit 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 Double-Kill 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 Okay, now we're all stuck in here. Oh no, I just need to kill it! It didn't work! We're all gonna die in here! Holy shit! Holy shit! You guys... Please just end this game already! We're stuck in... Nightmare is stuck in here! The nightmare... Nightmare is stuck in here! Holy shit! Holy shit! Holy shit! I hope that the map changes! Okay, you guys! Pause! Cause this map is terrible! For a zombie's arrival! Everybody switch the server! Everybody switch the server! Everybody switch the server! Let's break it! Holy shit! There it's broken! Aha! I broke it! I am indestructible! Indestructible! Let's go! Let's go! Hey! 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 Fuck! What's up!? Hey! You will find me! Hey! Oh stop dude, I'm just trying to make that count! Double double kill, triple kill! Double kill, triple kill! Double kill, mu-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u-u! Thank you Eric, Shana! Okay, dann sind wir jetzt noch in einem kleinen Cut wieder. So, da bin ich auch schon wieder. In einem... Checker. Oh, da sind wir noch da, oder? Oh! Hä? Okay. Okay. Yeah. Oh, okay. Yeah. Okay, cool. Yeah, that's really cool. You're gonna have to pull. Okay. Okay, cool. Okay. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Double Kill! Mid-Media Kill! Shhh! Gah! Monster Kill! Ultra Kill! Double Kill! Monster Kill! Double Kill! Double Kill! Double Kill! Nooo! Oh, lesen peut-a-lot? I must triple kill! Double Kill! One Kill Hehehehehehe Oh, lesen! Hehehehe! Tch people kill! Hehehehe! Super Feel傷ervice! Hih聲! Ke zack! Luft offensibility! Lack-ar apteste! You בu! Holy Shit! Holy Shit! Ultra Kill! Ultra Kill! Ultra Kill! Triple Kill! Holy Shit! Total Kill! Oh! Holy Shit! Holy Shit! Holy Shit! Holy Shit! Holy Shit! Ultra Kill! Ultra Kill! Ultra Kill! Double Kill! TRIPLE KILL! Holy Shit! Hooray! Wooo! So much for you guys! Got her! Woah! Holy Shit! Holy Shit! Triple kill! Holy Shit! Monster kill! Holy Shit! Holy Shit! Holyci- 青 Anyway! Holy Shit! Triple kill! Holy shit! Air kill! Holy shit! Monster kill! Ultra kill! Ultra kill! Double kill! Super kill! Super kill! Super kill! Dush die gepechte Lothi! Dush die gepechte! Oh noiiin! Da Ieachne Ieachne! Oh... Monster kill! Mw-m-monster kill Mw-m-monster kill Mw-m-m-m-m-monster kill Holy shit Mw-m-m-m-monster kill Holy shit Oh, 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 oh! Nein, das ist mir nicht so spät. Wo? Holy shit! Double kill! Holy shit! Holy shit! Holy shit! Holy shit! Double kill! Triple kill! Double kill! Double kill! Oh so? Triple kill! Triple kill! Triple kill! Double kill! This is a terrible map. I'm breathing. Was ist das? Prozent 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 Ich würd sagen, wenn wir das nächste Mal sterben, mach ich auch mal Schluss für heute. So, Klingbox. Okay, er hat sich hier versteckt und ist jetzt umgebracht worden. Okay, Leute, ich würd sagen, das war's dann auch für heute und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich würd mich über ein Like und ein Abo freuen. Und schreibt noch in den Kommentaren, ob ich weitermachen soll oder noch gute Mods von Gally's Mod. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Und tschau, Leute.